Das große MDR Jump Osterfeuer 2024 soll am 30. März auf dem VfC-Gelände der Spitzenstadt Plauen stattfinden. Dabei bietet der große Parkplatz ausreichend Platz für alle Besucher. Auf der fast 7000 Quadratmeter großen Tanzfläche könnt ihr ausgelassen feiern. Freut euch auf eine geballte Ladung Musik und Unterhaltung mit Stars wie Gestört aber geil, Loy sowie der Rock bin silly. Der Einlass erfolgt beidseitig von der Straße. Um das MDR Jump Osterfeuer zu uns zu bringen, dreht uns aber eins, eure Stimmen. Und dafür müsst ihr voten, voten, voten.